Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hearthstone, wir sind wieder bei der Forscherliga und jetzt nach dem normalen Modus kommen wir zu den Herausforderungen, das heißt es waren zwei spannende vorgefertigte Aufgaben auf uns, einmal für Krieger, einmal für Hexenmeister und ja was kriegen wir denn, wir kriegen den Obsidianzerstörer, also quasi einen Hogger, wenn ich das richtig sehe und die Karte sieht eigentlich nicht schlecht aus, also gerade sowas nervendes, das halt eben immer wieder nach jeder Runde ein neuer mit Spott hinkommt, ist natürlich sehr sehr passend, bin gespannt wie das Dick aussehen wird, was wir alles bekommen werden und unsere Starthand, ja die großen, wir wissen ja noch nicht was auf uns zukommt, deswegen lasse ich die großen mal weg, ich hoffe jetzt am Anfang eher auf kleine Karten und ja damit können wir zumindest mal anfangen, ich möchte erst mal wissen was er für unser Dick geplant hat, aber es sieht im ersten Moment so aus, als ob wir miese Karten bekommen und die dann, also miese, miese Spotter, die wir dann halt eben ein bisschen waffen sollen, wenn ich das so richtig erkenne und dafür werden wahrscheinlich dann die Zauber halt eben da sein, sieht schon so ein bisschen danach aus und jetzt ganz wichtig natürlich, wir schauen immer zuerst, was halt eben unsere Zauber entsprechend bringen, ähm, ja wenn gar nichts mehr geht, glaube ich nehme ich das Sägeblatt mir und hier nehme ich die Micromaschine, ich glaube die sieht immer ganz gut aus, die ist natürlich, wenn wir hier viele Spotter haben, äh, bringt die am meisten, weil die kann man dann halt hinter einem hohen Spotter verstecken, so, ähm, ja, dann würde ich sagen, buffen wir den einfach mal ein bisschen, testen wir das Ganze mal aus und geben ihm schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was ihn jetzt gleich dann erwarten wird, so, das war's, wir geben wieder an ihn, das heißt wir kriegen wieder, er geht wieder die Rampe und, okay, legt einen mit Winzer, das müssen wir natürlich weg machen, aber wir schauen erst wieder, was kriegt man dann für einen Zauber bei ihm, was hat er im Angebot, ähm, das klingt eigentlich nicht schlecht für einen 5-5er und bei einem Kriegerdeck, ähm, haltbarkeit war für eures Gegners, der hat keine Waffe, deswegen lege ich die an, so, und dann würde ich sagen, nehmen wir, okay, wir haben nur einen mit Spott irgendwie, aber ich glaube, ich nehme die Waffe oder kann ich irgendwas anderes noch legen, das Sauseblatt, geht das eigentlich auch auf meine Karten oder geht das auf die anderen nur auf, ich habe bei den Karten, wenn die Beschreibung nicht eindeutig ist, habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn ich das erste Mal nehme, ähm, und sie ist jetzt keine, wo ich jetzt in meine normalen Dicks mit reingenommen habe, so, da steht ein Affe mit Waffe, ähm, die verfluchte Waffe, die lassen wir auf jeden Fall weg, ähm, alle Diener haben eine, also, Milhouse garantiert nicht, das macht mir Angst, weil der drüben so viele Zauber hat, deswegen würde ich sagen, legen wir ein Irrwisch rein, damit wir da, und, ja, legen wir die Micromaschinen hier dahinter, setzen noch einen weiteren Spott drauf, damit der ein bisschen geschützt ist, und, ja, die ist, wenn die schnell wieder weg ist, dann ist die gute, aber nicht gerade in der Anfangsphase, deswegen, ja, legen wir einfach mal alles irgendwie hin, was wir irgendwie können, äh, soll ich, ja, ich mache Shield ab, gehe ihm ins Gesicht, dem Affen, dann nehmen wir ihn hier raus, und dann hoffen wir, dass er nicht irgendwie irgendwas Ekliges zum Abräumen hat, so, na, er nimmt uns die Micromaschinen weg, kacke, und welchen noch? Ach, den da drüben, der Schaden macht, okay, mischt, und möchte auch ein Irrwisch hinlegen, ähm, wir schauen uns wieder nach einem Zauber um, ähm, Schildschlag, ich habe gerade kein Schild drauf, drei Schaden, drei Rüstungen, das klingt doch am sympathischsten, und dann legen wir das Dingo, dass wir noch ein bisschen geschützt sind, und vielleicht noch hier so einen kleinen Fußsoldat, einen weiteren netten Tank, so, mit dem gehe ich ins, nee, ich gehe auf ihn, weil dann kann ich meinen Irrwisch vielleicht noch irgendwie auch nochmal buffen, wir schauen mal, und ich glaube, auf die drei Schaden kommt es jetzt auch nicht so an, so, er spielt schon wieder einen Affen, und dahinter ein Staubteufel, also ein 6-1er, und dahinter nochmal ein 2-1er, das heißt, wir sollten, schauen wir erst mal, ähm, Bomber habe ich immer Angst, der bringt nur ihm drüben was, ist eigentlich ein ganz gut, wir haben aber genügend Spotter, und wir haben unser Deck recht voll, damit ist es eindeutig, wir nehmen den Meeresriesen rein, damit können wir jetzt einen sehr, sehr hohen Angreifer halt eben spielen, so, hauen wir, oder, habe ich irgendwas anderes, und dann vielleicht, äh, nehmen wir erst mal den Affen hier so ein bisschen aus dem Spiel, zack, den Fußsoldat tauschen wir aus, dann kann ich ihn in den Staubteufel rennen lassen, und mit ihm nehme ich den weg, und dann haben wir da drüben wieder ein bisschen Ruhe, und, ja, langsam sieht es gut aus eigentlich für uns, so, den will er offenbar weg haben, der steht ganz oben bei ihm im Kurs, der will an unseren Spottern vorbei, da haben wir wieder die Stärkung gerade, das Stärken, das heißt, wir können jetzt, ich gucke erst mal, immer zuerst gucken, welche kostenlosen Karten man bekommen kann, ähm, Schaumützel, ich habe Vorteil, bringt mir also nichts, ähm, Angriff und Ansturm klingt natürlich gut, oder Spalten, ähm, ja, nehmen wir den rein, und dann hier, ich liege bei 28, das heißt, der geschmolzene Riese nehmen wir nicht rein, deswegen nehme ich den T-Shirt, lege nochmal einen schönen Spotter hin, äh, Fußsoldat können wir noch wählen, oder ich nehme ihn gleich in den Angriff rein, und ich glaube, das mache ich, dass ich auf den Nervotron, der so gut gestärkt, äh, oder der geschildert ist, dass ich erst mal das reinnehme, dann hier noch ein Sturmangriff drauf, und dann haben wir da einen 5-4er liegen, der auch noch geschildert ist, und es steht 28 zu 10, so, nächste Runde, was macht er, ja, er fackelt nicht lange, geht ran, und wenn er jetzt nichts hat, dann haben wir eigentlich geschafft, ja, die Runde ist erledigt, aber wir machen das natürlich alles noch ganz stylisch, vielleicht kriege ich seine eine Karte ja auch noch irgendwie schön weg, ähm, ja, wir schauen mal, was wir ziehen können, vielleicht haben wir da irgendwas Schönes, nee, ich probiere das Sägeblatt mal aus, ja, es geht natürlich auch auf meine eigenen, das war so klar, ähm, das wäre natürlich peinlich gewesen, wenn es mir den, den Riesen da bekaut hätte, aber naja, ähm, was machen wir, ja, komm, ich will ihn persönlich von Hand begrüßen, das heißt, wir hauen ihm drauf, ja, den Spotter können wir noch rausspielen, ich gehe mit ihm drauf, dann senken wir ihn auf 2, und dann nochmal 8 rein, damit es richtig schön wehtut, und wir haben die Challenge geschafft, ja, das war die erste, jetzt dann auch entsprechend jetzt gleich unsere neue Karte, jawohl, hier den Hocker als 777 mit ins Karabänen, und ja, dann sehen wir uns gleich zur Hexenmeister-Runde, ich mag ja Hexenmeister eigentlich nicht so sehr, aber wenn es was bringt, ja, why not, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, und wir sehen uns nachher, bis dann, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.